Der Bischof reißt wieder ab. Diese Annapartie dauert bereits zwei Stunden. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. So. Gut. Mühlen kann man auch mal stoppen. Die produzieren nämlich auch langsam genug. So. Dann kann Getreide noch ein bisschen voll rein. Dann haben wir auch gleich mal ein bisschen weniger Kosten hier. So. Gut. Ja, alles erledigt. Weitere Forschung. Zack. So, die wollten noch eine Loge haben. Loge. Da kriegen wir kaum was abgedeckt mit. Eine Reihe Häuser bleibt leer. Egal wie ist Dreh und Wende. Da passt keine Loge mehr hin. Glaub ich fast nicht. Mist. Ja, ist doch scheiße. Ja. Eine Reihe Häuser fehlt. Komplett. Die haben alle keine Loge. Mist. Ich krieg's aber auch nicht anders gebaut. Wobei. Warte mal. Doch, das könnten wir hinkriegen. Ich bin die Werkzeuge. Warte mal. Ich muss noch kurz ein bisschen umbauen. Das müssten wir doch noch hinkriegen. Dann müssen wir nachher mal gucken, wie das mit den Vorräten alles soweit hinhaut. Dann gehen wir mal hier in die Richtung und pflanzen hier mal ein ganzes, einen ganzen Block an Häusern hin. Das wir dann mal richtig, äh, Massen an Einwohnern reinkriegen. Na, warte, Flieger. Alles klar. Alles klar. So, jetzt ist der Flieger wieder weg. Gidee. Ja, wie gesagt, dann setzen wir mal noch einen ganzen Block an Häusern hin, denn momentan kommt da nicht massisch viel rum. So. Jetzt gucken wir mal. Weitere Markthäuser. Können wir da noch eins hin? Schade. Machen wir so. Das rupfen wir ab. So, normalerweise sollte vom Einflussbereich nichts wegfallen. Ein bisschen, aber das passt noch. So, jetzt gucken wir mal. Passt er da noch hin? Ich hab's gewusst. Äh, okay, dann gehen wir mal hier weg. So. Jetzt sollten wir mit dem Senat alles abgedeckt haben. Sollte keiner mehr fehlen jetzt. Das reicht bis hier hin. Ein Haus. Denn sein Land muss stehen lassen wegen einem Haus. Egal. Ja, wie gesagt, dann können wir das von der Infrastruktur her den nächsten Block ganz anders aufbauen. und dann kriegen wir da auch wesentlich mehr Häuser unter. Dann kriegen wir da auch keine Probleme mehr. So, Stoffeproduktion haben wir ja erweitert. Äh, jetzt gehen wir mal hier Bevorratung holen. So. Ja, Stoffe werden jetzt mehr produziert. Da sollte jetzt auch mehr kommen dann. Pam. Kriegsschiff, dann brauchen wir Trockendock. Und dann den Laderaum. So. Wohin geht es? So, dann laden wir mal aus. Ja, komm, wir machen die Insel jetzt mal komplett voll, da wir ja nachher dann eine ganze Batterie auch an Gebäuden und Häusern wieder bauen. Machen wir dann mal richtig voll jetzt. So. Zack. Nehmen wir mal eine ganze Fuhre mit. Alles klar. Wohin geht es? Wir sind bereit. Okay. Der holt. Stoffe. Ah, Nahrung holt er oben. Genau. Okay. Ja, Stoffe laufen ziemlich in den Keller momentan. Aber kriegen wir hin. So. Zack. Wie sieht es aus? Walfett. Haben wir eine Überproduktion. Sehr gut. Dann können wir... Das kann sofort losgehen. Lebstube. Achso, ja, weil das jetzt... ein bisschen dauert, bis wir die Wolle überall geholt haben. Aber das passt schon. So, der produziert Blüten. Können wir den mal einstellen noch? In Donnersbach Blüten holen. Und in Fischbach abladen. So. Okay. Ähm, da ich nicht weiß, wie viele Blüten wir brauchen, baue ich lieber mal noch aus. So. Zack. Zack. So. Wir haben ja noch eine ganze Insel zum Pflastern. Also. Kriegen da Vorräte zusammen. Da sehe ich gar keine Schwierigkeiten. Wir haben ja noch eine Verbrauchung eines neuen Schiffstyps abgeschlossen. Sehr schön. Und Trockendog. So. Okay. Wir sind bereit. Steine. So. Dann laden wir hier mal um. Gut. Machen wir jetzt mal die Insel hier voll mit Vorräten. Und dann können wir mal vorbereiten, dass wir hier mal einen ganzen Block an Häusern jetzt hinbetonieren. Unabhängig davon, welche Gebäude jetzt hier schon stehen. Das ist egal. Wenn ich jetzt wüsste, ob es bei Aristokraten noch ein größeres Schauspielhaus gibt. Weil es hat noch Level 1. Also ich vermute, wird es noch was Größeres geben. Wo dann auch der Einflussradius höher ist. Weiß halt nur nicht wann. Das bräuchte man für Aristokraten. Durch Handel oder dem Freien... Oh, das kann man nur erwerben. Oh, okay. Das kann man nur kaufen. Okay. Ja, da. Handelsware. Okay. Alter, eine komplette Warenlieferung. 126.000. Direkt schon mal ja, der getickert hier. Okay. Bedürfnis läuft voll. Ja, da müssten wir die ganze Zeit kaufen. Ja, nur durch Handel zu erwerben. Okay. Müssen wir mal gucken, was könnten wir denn gut verkaufen. Irgendwas, was wir schön in Massen herstellen. Verkauf. Nahrung können wir locker verkaufen. Können wir jederzeit in Massen wieder herstellen. Holz können wir verkaufen. Werkzeuge können wir verkaufen. So. Was hätten wir noch? Hm. Na, Lampenöl nicht. Nee. Das lassen wir mal. Okay. Ziegel können wir verkaufen. So. Da stellen wir schön viel her von. So. So. Hier dann. Holz. Marmor. Könnten wir eigentlich auch verkaufen. Würde sich anbieten. Ist nicht viel wert. Okay. Ja gut, Holz auch nicht. Aber das stellen wir halt in Massen her. Das können wir verkaufen. Walfett können wir verkaufen. Nahrung. So. Ja komm, wir machen Marmor auch. Das können wir auch vertickern. Da war es ja händisch umlagern. Dann sehen wir ja auch, was wir an Vorrat haben. So. Blüten schippert er ja schon um. Ja. Gut. Dann. Parfümerie. Ah, brauchen wir Marmor. Okay. Wollen wir unser Schiff. Unser Schiffchen geparkt. Da unten. Wir sind bereit. So. Da, 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 da. So. Das ist blöd, dass man ja denn nur kaufen kann. Wollen wir jetzt teuer mit der Zeit. Oh. Können wir die Einnahmen gleich mal steigern. Sehr gut. Gut. So. Parfüm können wir selbst herstellen. Haha. Komm her. Zack. Sehr gut. Gleich mal schön gekauft hier. 2.900 Gold. 2.900 Gold. 2.900 Gold. Sehr schön. Okay. So. Stoffe kommen langsam wieder. Stück für Stück. Stück für Stück. Stück für 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 Stück Trockendock abgeschlossen, sehr gut. Und die großen Lagerräume, so. Gut, was wollte ich jetzt mitnehmen? Vor lauter Werkzeuge. Ja. So. Sehr gut. Schön. So, Getreide ist voll. Tatsache, sehr gut. Mühlen und Bäcker rein. So, dann lassen wir den mal weiter rein. Da wir jetzt ja Nahrung aktiv verkaufen, dann kriegen wir da ein bisschen Vorräte wieder rein. Äh, ein bisschen Geld wieder rein. So. Gold müssten wir hier abbauen, ne? Genau. Könnten wir schon mal anfangen. Dann können wir nämlich auch Schmuck herstellen. Oh, da eine Goldader. Da, nebendran, ne? Praktisch. Okay. So. Ah, steht noch kein Markthaus. Gott. Dahin. Optisch. So. Ja, sehr gut. Dann kriegen wir ein bisschen Bargeld rein. Goldmine. Äh. Äh. Na, aber dann können wir mal hier eben. Tak, tak. So. Gut. Wunderbar. So. Dann. Mal so. Äh. Goldmine. Werkzeuge fehlen. Ja, die kommen gleich rein. So. So. Der produziert direkt Gold, genau. So. Upgrade. Vier Werkzeuge. Kriegen wir auch noch zusammen. Dann ist es gleich eine tiefe Mine. Hier, die holt dann gleich mehr raus. Pam. Wo sind denn hier die Schiffsrouten? Hallo? Der holt das aus Donnersbach. Nein, genau. Das holen. Und in Fischbach ausladen. Ups. Da und ausladen. So. Ja.